Was kommt ihr, meine Damen und Herren, ich bin Justin, willkommen zurück bei Roblox und heute spielen wir weiter mit den Backroom-Morphs, weil das Spiel einfach geil ist, muss ich sagen, und hier gibt es ultra viele Charaktere, ich glaube mein Liebling bis jetzt von dem, was wir freigestellt beim letzten Mal haben ist, hmm, ich glaube es könnte sogar, es könnte sogar Patrick sein oder Petrock oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, ja, das hier, das ist so gruselig einfach, ne, aber ja, wie ihr sehen könnt, es gibt noch viele Charaktere, die wir noch nicht bekommen haben, alles was hier gelb ist, alles, also ab jetzt quasi, alles was ihr gelb seht. Da unten, das Bye, meine ich jetzt, das haben wir noch nicht alles bekommen, also ihr seht, wir haben viele so nicht bekommen, vor allem man kann Schreck bekommen, einen, einen, so einen normalen und einmal so einen gestörten hier, also ja, das ist sehr nice, ich werde aber wieder normal erstmal, weil die Charaktere laufen alle unterschiedlich, ähm, ja, keine Ahnung, hier steht Crouch, aber man kann sich nicht wirklich ducken, wenn, es geht doch, oh wow, mit was, mit C, oh, scheiße, da ist, äh, okay, ich gehe lieber weg, ähm, aber ja, hier gibt es viele Geheimnisse, wenn du übrigens mehr Roblox sehen willst, lass doch oben da und vergiss nicht, und koste es zu abonnieren, wupp, okay, sehr schön, So, wo waren wir letztens nicht drin, wir, ich glaube, das Blaue totet ein, oder, war das andersrum, ich bin mir nicht sicher, was ist das hier, uh, da ist ein, da ist ein, ja, okay, ja, okay, und, okay, was ist das, Morph, lass mal sehen, was bist du, uh, äh, ich meine, das ist voll krass, die Charaktere haben auch alle eine unterschiedliche, äh, Laufanimation, ich bin fast gestorben, okay, Mmh, Pick Door, und hier geht es auch noch runter, okay, ich nehme die linke, Tschüss, oh Gott, Ben oder Cat, Ben, Rick Roll oder Rock, Rick Roll, oh, ne, einer auf den, das hat funktioniert, warte mal, was ist denn aber woanders, oh, das sieht so komisch aus, Alter, was ist mit meinem Gesicht los, wieso wabbel ich die ganze Zeit, okay, ich will ja wieder normal, lass mal hier hingehen, Okay, äh, Car oder Train Eater, Train Eater, no Shrek, Shrek natürlich, oh, Cars Charakter, okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, muss ich, oh Gott, Alter, wie cool ist das, Alter, wie, wie funny ist das denn, damn, das ist hier mal ultra witzig, okay, warte mal, oh, scheiße, Also, ja, weil wir keinen Schreck gewählt haben, natürlich, okay, also, wenn du die Entscheidung hast in deinem Leben, Schreck oder nicht Schreck, dann nimmst du natürlich immer Schreck, logischerweise, Ich gehe mal die ganze Zeit an dieselbe Stelle, weil, ähm, es gibt hier halt ziemlich viele Stellen, und ich würde gerne nochmal, pick, hier, ah, okay, das ist also, eigentlich das, Okay, also, man kann schon sterben, wie zum Teufel, habe ich es geschafft, am Anfang nicht ein einziges Mal erwischt zu werden, ich meine, wie hoch ist bitte die, oh Gott, da ist Ben, kommt der eigentlich hier auch durch, ich weiß es gar nicht, hätte ich gesagt, ich glaube aber ja, aber er macht es irgendwie nicht, ähm, okay, das tötet uns also, ja, ach so, man sieht, ach so, ich sehe es jetzt hier auch, Oh, K wird einen auch töten, Nostreck wird einen auch töten, da geht es hier auch noch weiter, was, wo bin ich denn jetzt gelandet, ach so, ich bin wieder zurück, okay, dann lass uns als nächstes hier runterspringen, weee, wo sind wir, oh Gott, will ich hier sein, ich weiß, warte mal, grüner Schlüssel, ich habe sogar einen grünen Schlüssel, und warte, hallo, mach auf, geht da, oh, no, 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 oh, oh Gott, was ist das, ist das eine Dream-Spinne, Junge, ist das gruselig, ey, wir haben Leonardo oder sowas wieder, warum heißt, einfach eingeschaltet, okay, das ist, das ist sogar gruselig, kann ich bitte du werden, danke, oh, ist das eklig, ah, okay, das ist echt eklig, das ist echt eklig, das muss wieder normal werden, oh Gott, ist das eklig, ist das eklig, okay, hier, Cuphead, ey, let's go, ich habe letztens die Cuphead-Serie auf Netflix begonnen, und die ist echt cool, also, ich genieße sie, Ich weiß nicht, ob es für Kinder ist, aber ich mag es trotzdem mega, nur, dass dieser Cuphead so ein bisschen verstört aussieht, okay, öffnen wir diese Tür hier, okay, warte, ich kann da leider, diese blöde Dream-Spinne, die nervt so hart, okay, also, das ist anscheinend auch nicht der Schlüssel, den wir brauchen, okay, ich werde mal wieder normal, weil ich ein normaler Mensch bin, okay, und jetzt hier lang, let's go, okay, lass mal sehen, Oh, da ist noch ein Schlüssel, wahrscheinlich ist das der richtige dann, ne, ja, anscheinend sind das zwei unterschiedliche, oh, da unten, okay, nee, okay, das ist cool, das ist sogar cool, warte, ich versuche mal er zu werden, oh, okay, wir sind ein, ähm, gestörter Thaddeus, warte mal, ich glaube, ich muss wieder normal werden, um nach oben schwimmen zu können, jetzt gehe ich kurz raus, Nein, oh, nein, jetzt würde ich, jetzt werde ich zu dem, na, super, das ist gar nicht gut, okay, passt schon, mhm, so, mach das auf hier, oh, nein, ist ja, oh, Alter, hier gibt es so viele Skins, oh, oh, das ist, das könnte der gruseligste Skin sein ever, ja, würde ich wirklich so sagen, das ist wirklich so gruselig einfach, ist ja nicht normal, Ich würde gerne nochmal sehen, wie der Thaddeus-Skin rennt, das ist ein bisschen das Problem, äh, ach, hier ist er, ähm, dass wenn man ihn einmal sozusagen, okay, so rennt er, wenn man ihn nicht gleich am Anfang nimmt, sobald man ihn bekommt, dann landet er irgendwo unten, Aber ja, sieht eigentlich ziemlich steilig aus, muss ich sagen, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, so, jetzt ist die Frage, ach, Teleports, wir können uns teleportieren, wir wollen, Level 2 spawnen, okay, ich gehe nochmal, warte mal, wohin werde ich teleportiert, wenn ich zu Levels, äh, Shrek, was? Ähm, what? Okay, warte mal, oh, Gott, haben wir das schon dort? Ich bin mir das ehrlich gesagt gar nicht sicher, wieso ist Shrek so gruselig, was haben sie auf Shrek gemacht, und wieso machen die eigentlich keinen neuen Shrek-Filme? Collect, oh, neuer Charakter freigestellt, okay, warte mal, oh, Gott, okay, ich bin tot, kommt Shrek hier auch lang, nee, ne? Okay, lass mal kurz sehen, ich will mal kurz erwehren, okay, der ist ein bisschen größer, das ist, ich weiß nicht, wer das ist, Sieht aber irgendwie lustig aus, oder? Keine Ahnung, wer du bist, ähm, ich werde dich immer mal nicht nehmen, weil, ganz ehrlich, jetzt habe ich keine Lust drauf, springe nicht darunter, oh, da ist noch was, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, lass mal sehen, uh, äh, wer bist du überhaupt? Sieht ein bisschen aus, als wärst du von Sonic, aber bist du nicht, oder? Bist du Tails, irgendwie ein gestörter Exe-Tails, keine Ahnung, Ich meine, es kommt mir so vor, als hätte ich ihn schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, wer du sein sollst, okay, hier brauchen wir eine Wren- Oh, scheiße, ich bin untergefallen, aus Versehen, das hier können wir reintun, und was sehen wir jetzt? Irgendwas gestört ist, oder? Amanda, das will ich auch nochmal spielen, weil, da gab es anscheinend... Oh, Gott. Oh, what? Wir können... Ach, du Kacke. Oh. Oh, mein Gott. Das ist so gruselig einfach, ne? Oh, Gott, ist das gruselig. Das ist gruselig, das ist sehr gruselig. Okay, wir können rausgehen, wir können aber auch hier lang gehen. Ich habe einen grünen Schlüssel, aber der ist nie der richtige, leider. Ähm, what? Ah. Was? Okay, ich habe... Was ist... Ähm, 19? 5 durch 3? Ähm, 90 minus 9, 81. Okay, wir haben einen neuen Charakter bekommen, let's go. Ein Hasen. Oder so. Wieso kenne ich euch eigentlich nicht? Ich meine, ich sollte dich kennen, glaube ich. Ich sollte dich kennen eigentlich. Hey, komm mal. Willst du mal herkommen? Ja, okay, sehr schön. Oh, nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ja. Okay, pass auf. Boing, boing. Uh. Ich bin voll schnell als Hase. Hier muss es Sonic geben, dann werde ich noch schneller. Das wäre cool. Uh, wer bist du? Okay, warte, wir reden erst mal. Gib mir den Schlüssel. Ich bin tot auf jeden Fall. Warte, ich werde mal eher vielleicht bin ich dann klein und... Flink. Oh, Gott. Ich bin alles andere als klein und flink. Ich bin ein Monster. Okay, wir haben ein Problem. Also, er weiß, dass ich hier... Warte, ich muss hier jemand werden, der ganz, ganz klein ist. Du bist eigentlich ganz, ganz klein, aber... Okay, so. Uh. Uh. Ich habe kaum Leben mehr. Einfach kaum Leben mehr. Geh hier durch. Uh. Let's go. Nice. Ja, jetzt bin ich auch der Typ, ne? Warte. Oh, wo bist du? War das... Oh, Gott. Nein. 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 Das warst du, ne? Ja, genau. Okay, lass mal sehen. Hm. Du bist quasi derselbe Typ, wie wir davor gesehen haben. Macht mir eigentlich der Bohnenschaden? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Sieht auch cool aus. Den habe ich auch schon mal gesehen. Du bist in der Cartoon-Serie. Von daher sind die hat nicht den Arm weiß. Okay. Also, wir brauchen immer noch die Wrench. Den Schraubenschlüssel. Hm. Hallo, Sir. Ich hoffe, ich störe nicht Farmer. Ja, Farmer sind gruselig. Das sage ich euch. Mich wundert es gerade. Waren wir hier nicht schon mal? Anscheinend nicht. Hm. Farmer. Au. Wir haben den Farmer anlockt. Ich meine... Ja. Okay, warte. Ich werde ihn erstmal einmal nehmen. Um ihn nur kurz zu testen. Okay. Ich meine, das ist derselbe Charakter einfach wie... Okay, hier kann man es ungefähr sehen. Ja, okay. Ich werde wieder nochmal. Aufheben. Und? Äh. Hallo? Ach, Rainbow Buddy. Bist du, sag mir, er ist kleiner. Uh. Auch eklig. Irgendwie. Aber wir haben keine Wrench bekommen. Warte mal. Warte, ich werde wieder nochmal. Hm. Irgendwie ist hier keine... Oh, scheiße. Irgendwie ist hier keine Wrench oder so. Ihr wisst schon. Schraubenschlüssel und so. Irgendwie finde ich das Satire nicht. Okay. Ich gehe nochmal weg. Wir sehen uns. Hoffentlich nicht. Nochmal. Hm. Ich meine, wir könnten... Da unten ist was. Seht ihr das? Warte mal. Hier gibt es auch... Waren wir hier schon? Ich bin... Ich bin... Ich weiß gerade nicht, ob wir hier schon waren. Okay, warte. Hopp. Okay. Oh. Okay. Warte mal. Oh nein. Hier ist... Ach so. Wir waren bei Schreck und gingen dann hier hoch. Jetzt verstehe ich. Ah. Okay, warte. Können wir hier rein? Das ist meine Frage. Nee. Das ist interessant. Also bei Schreck haben wir... Alter, ist die Kleine. Okay. Also wir können auf jeden Fall hier... No. Habt ihr es gesehen? Warte, was ist da hinten nochmal? Da waren wir auch schon, ne? Ich glaube, ja. Okay, warte mal kurz. So. Und ihr... Ah. Ihr seht es auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall was. Aber das zu bekommen... Wie? Wie soll man das... Hm. Vielleicht müsste es ein anderer Charakter werden oder so. Kann das sein? Weil ich... Ich komme da nicht wirklich hin, leider. Welcher Charakter könnte da hinkommen? Irgendein... Ich glaube, er müsste ja kleiner sein, oder? Bist er klein? Bist du klein? Ah, du bist klein auf jeden Fall. Ja, aber bist du... Oh. What? Das hat funktioniert. Ich glaube es hat nicht. Oh Mann. Jedes Mal. Okay. Ähm. Das war das hier, ne? Eine Kartoffel. Okay. Ja. Weiß auch nicht, wer das ist. Irgendjemand ist es ja, weil es sind ja Memes und so. Aber ich weiß nicht, wer du bist. Tut mir leid, okay? Okay, es tut mir einfach leid. So, kurz hier nochmal nachschauen. Waren wir hier schon zu 100%? Ja, da waren wir schon. Hier haben wir die Matheaufgabe erledigt. Sehr schön. Das war's für Mathe für immer. Für mich. Aber danke. So, und jetzt können wir theoretisch... Genau, zum einen brauchen wir immer noch einen Schraubenschlüssel dafür. Das ist leider das Ding. Diese Tür ist auch sehr mysteriös. Ich hab das Gefühl, man kann sie kaputt machen irgendwie. Nur was mich ein bisschen wundert ist, der Schraubenschlüssel sollte normalerweise irgendwo zu finden sein. Ist er aber nicht, weil theoretisch müsste er in der ähnlichen Gegend sein. Aber manchmal ist es so, obwohl, warte mal. Ich glaub, ich hab sogar den Schraubenschlüssel schon mal gesehen. Ich würd sagen, wir gehen das mal zurück. Wir sind ja... Das ist ja Level 2. Also, schon ziemlich crazy eigentlich. Und da ist wieder Schreckili-Schreck. Der mir auf keinen Fall Angst macht. Okay, okay. Wir gehen in die Ecke. Das ist meine Taktik. Genau, einfach an ihm vorbeirennen. Ähm. Oh, nice. Nice. Ein Stück Holz. Achso, ist das dieses Granny? Oh, wir haben Schreck freigestellt. Wer kommt hier hin? Lass mal sehen. Ist er so groß? Er ist genauso groß. Okay, das ist funny. Okay, gehen wir raus. Ich weiß nicht, wo er ist gerade. Oh Gott, okay. Oh. Okay, okay, okay. Okay, okay. So und so. Huh. Okay, perfekt. Wir können uns auch genau ducken. Werde ich auch sogar tun hier. Oh, oh. Was haben wir gefunden? Äh, so ein Ding, okay. Ich würd sagen, Moth. Ach, das ist nicht Tom und Jerry? Das ist Tom und Jerry. Nur, dass er Toms... Nee, Jerry? Nee, er hat Jerrys Kopf in der Hand. Genau, Tom ist ja die Katze. War doch so, oder? Ich glaube, ja. Okay, sehr interessant. Ähm, gehen wir nochmal raus. Ich hoffe, Schreck ist hier nicht irgendwo. Oh, da ist ein Stück Holz. Ähm, warte. Boom. Genau. Oh, da kommt Schreck. Ich glaube, wir sollten lieber laufen. Wir sind wirklich bei den Backrooms. Warte mal, kann Schreck auch... Oh. Hä? Ich glaube, er ist tot. Interagieren. Oh. Oh, was da... Ich seh's gerade. Was ist passiert? Achso, wir kommen da jetzt durch. Aber warte mal. Ich seh... Ich seh's. Hier. Und? Oh, wer bist du? Du bist irgendein Backrooms-Monster auf jeden Fall. Lass mal testen. Moth. Lass mal testen. Uh. Ach, du... Oh, warte. Zurück. Geh lang. Oh, nein. Oh, nein. Ich hatte... Ich hatte ganz ehrlich gesagt, ich schreck irgendwie lieber. Oh, mein Gott. Da ist ein Charakter. Oh, ein... Ein Hund. Oh, warte. Das ist doch dieser Backrooms-Hund, oder nicht? Autsch. Ich glaube, ja. Okay. Ja, das ist der Backrooms-Hund. Ich glaube, im Backrooms gibt es auch so einen Hund. Oder so eine schwarze Kreatur auf jeden Fall. Jetzt sind wir auch er. Okay, das ist echt gruselig. Oh. Das ist so... Auf was gehen wir überhaupt? Das ist einfach nur merkwürdig. What? Mario? Was zum Teufel sehe ich hier gerade? Was tust du hier, Mario? Ich dachte, du wärst dabei, bis es in Peach zu retten. So, dann bist du hier. Okay, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas übersehen hab. Ähm, ich bin mir da wirklich nicht sicher, aber... Ja, ich geh hier ins Schreck. Was willst du tun? Du kommst hier niemals lang. Mario ist einfach besser als Schreck. Ich meine, er ist ja wirklich so. Obwohl, ich sag lieber gar nicht. Schreck, ich mach nur Spaß. Ich mach niemanden besser als du. Hm, genau. Hier haben wir auch schon, ja. Also, ich würd sagen, bei Level 2 haben wir alles erledigt. Ich glaub, bei Level 1 haben wir nicht alles erledigt. Aber, Leute. Ich würd sagen, wir teleportieren uns nochmal zum Spawn zurück. Und ich würd sagen, das war's für das Video. Wir können nochmal gucken, wie viele Charaktere uns fehlen. Die grünen haben wir alle freigestellt. Und ab dem es gelb wird. Diese Charaktere fehlen uns noch. Also, ihr könnt sehen, das sind einige auf jeden Fall. Also, ja. Für mehr davon lasst ein Abo um da. Und ihr kostet das Aktiv-Vlogger. Und ich seh dich im nächsten Video wieder. Bye. Bis zum nächsten Mal.